hier ist die heilflasche ein Typ ist wieder unterwegs mit dem vergiftungszeug ist an dem Tor wo der Typ sitzt ich bin sorgf, das ist mein ich bin sorgf, bin ich Okay, da ist der Mond. Der Einel ist weiterhin unterwegs hier an dem... Tor ist offen. Nein. Super. Wir sind los! Weg da, weg da, weg da! Ich... Nein... Wow! Scheiße, er stand hier genau in der Ecke, er stand quasi direkt vor mir und hat mich nicht geseh'n. Ohhhh, what a luck. Also uns fehlt jetzt noch immer zwei Schlüssel. Feuer habe ich ja geöffnet und die Hase fehlt uns nur noch. Oh, was war das denn jetzt? Loll. Typ, ich war gerade erst wieder geheilt. Was ist das denn so toll? Da gehe ich mit den Föhren, da freundlich was an. Das geht leider schon mal. Schön. War gerade hinter mir und ich war direkt am safe room Ja? Hier. Bei mir. Hier ist gerade auch ein Böger. Ja, ist bei mir. Da ist er jetzt gerade. Oh, jetzt kommt er gerade bei mir. Wir sind hier vorbei. Oh, war ich knapp gegangen? Super! Super! Hat er nicht gesehen? Doch, ich habe nur gesehen. Aber die Stadt hat genau gerade zwischen den beiden Dingern, weißt du? Der Skinner ist wieder frei. Ja. Ich bin nicht zufrieden. Ah, ich habe es überlebt. Der ist wieder an dem Typen vorbeigelaufen. Ich liege. Ich versuche zu dir zu kommen. Soll ich den weiter schieben? Oder habt ihr schon weiter geschwommen? Ja, du kannst weiter schieben. Ja, aber du musst die Tülle öffnen hier. Oder hast du schon? Nein. Ja. Guck mal, da war der Typ da unterwegs. Guck mal, da war der Typ da unterwegs. Ich versuche zu ihm. Naja. Keine Gnade dem Verräter. Oh, 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 oh. sag mal ein bisschen mehr an den link mal ich hab grad was gesehen beim vorüberfahren wir haben keine Lebensenergie mehr, oder? ja für das 8-Kid Burn, Junge Burn Achtung, der Böse kommt Wir sind hinter euch her? alle beide nein schlafen aber brauchst du wirklich alle drei oder kann ich glaube man kann das einzeln machen nein, du musst einmal alle drei oder? nein ich kann das denn loslassen ja das funktioniert aber ne also ich sehe das da und da läuft wo bist du denn? ich kann nicht den nächsten machen nein nein ich bin die Donner und die Spironik haben gerade den Brutz genommen der Brutzler uuuuuh der Brutzler ich mach das alleine jetzt hier ich bin bei 60 70 50 50 50 50 50 50 Ich hab leider den fetten genau hinter mir. Ja. Ich bin in der Nähe vom Ausgang, komm mal bitte. Ich bin bei der ersten Frühe jetzt. Vergiss es, kommt doch nicht von mir. Ich muss gerade sagen, ich habe hier einen Gegner, ich komme hier nicht weg. Ich habe hier auch frei. Bei mir hier ist auf jeden Fall der Erdbeer. Ich komme, ich komme, ich komme. Du Kacke. Au! Er hat mich erwischt, das liegt ein. Ach, danke. Ah, bald die Richtung. Oh nein, der andere. Kommt zu euch. Auf weg. So, ich bin aber mal aus Gang. Kommt gut. Ja, drück auf den Bazaar. Drücke. Jetzt heißt es im Kreislauf ein Detschen. Komm. Komm, rein. Rein, Papa. Ich bin drin. In den Auslauf. Ja, die haben mich. Scheiße. Warum sagt ihr das nicht? Ich bin drin. Ja, ich bin drin. Ich bin safe. Ich bin hier drin. Ja, wenn wir dir einmal helfen kommen. 10-37 Minuten. Keine Tode. Eine deprimierende Leistung. Ja, Alea, weil du nochmal ein Loser bist. Das ist egal. Aber ich bin so auf jeden Fall Stand verloren habe. Ah, ist ja nichts Neues, oder? Wuh. Wuh. Boah. Ja, schöne Leistung, Leute. Also, ich sag's mal so. Der Durchschnitt schafft es, glaube ich, beim dritten Mal erst. Also, die meisten. Yeah, Level 2. Das wird schlimm. Geil, stimmt. Das ist schlimm. Ah ja, Evolution muss man ja. Evolution? Aber ich spür doch nicht. Ja, wir müssen aber raus, Schatz. Wir müssen. Ich spür aber nicht. Bleib in den Raum. Was ist denn der Ingenieur? Was kann man denn jetzt machen? Du bist nicht der Ingenieur. Ah, Cornelius. Der ist da, wo diese Übungskurs sind. Ah, du bist der Ingenieur. Dach. Ja. Was wird denn jetzt gemacht? Wer ist repariert oder was? Was kann man jetzt verkaufen? Hallo und willkommen. Wir sind in der nächsten Folge. Wir sind zum ersten Mal bei einem, äh, bei dem Ingenieur. Und da kann man Vorrichtungen kaufen. Ja. Wiederverwendbare Werkzeug, die dir bei deiner Therapie helfen sollen. Hm. Okay. Das heißt, du kannst, äh, betäuben. Also einer sollte auf jeden Fall heilen machen. Ja, Dirk. Bist du da immer? Echt? Gut. Ja, ich kann auch. Ist mir egal. Habe ich gekauft. Dann würde ich Röntgenblick machen. Aber? Ja, soll ich betäubt oder blind? Ich glaube, betäubt ist besser. Bei blind, da muss der ja, äh, wirklich. Hübsch. Dann. Aha. Und du kannst es auch noch upgraden, das Ganze. Okay. Und jetzt will ich mich hübsch machen. Ja, ich auch. Juhu. Wir machen uns hübsch. Wir machen uns hübsch. Bitte. Therapie. Aha, ich kann eine andere Brille kaufen. Oder was? Also, ich kann dir sagen, wenn du das Spiel durch hast, bist du krank. Äh, ja. Ich, äh, kann und will dir auch nicht widersprechen. 500 kostet die Boots. Die schöne Kurshose. Und dem blutigen Bein. Ich habe keine Kurshose. Ne, wir haben alle anderes. Ja, ich habe irgendwelche wie Knieschoner. Ich nehme die mit Knieschoner. Oh, ich will das haben. Dann kann ich allerdings auch mein Oberteil ändern. Und dann muss ich auch mein Boostings da ändern. So. Schön. So, das kann ich ja noch. Ähm, 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 ähm. Wollen wir einen? Nö, was ist blöd. Bomben. Bären. Hm. 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 Paar Bücher. Warum nicht? Bauverausrüstung. Was ist das denn? Oh, das ist doch cool. Das ist doch viel cooler. Seht euch mal das Deo 2 an. die zwei kleines 1 1 1 ganz als letztes das ist damit ein bisschen komisch aus sie du jetzt gerade hast aber also was suchst du denn jetzt wo soll man gucken ein kleines item 1 in deiner zelle du kannst deine zelle jetzt tun wenn du willst anpassen städter waschbecken ganz so schön verändern wenn da auch wie sexy poster kannst du dahin hängen ja die justiert das zin blumenlein aha die clown ich glaube ich nehme das den handschellen dass ich wusste ich glaube den liebesfilm damit das kommt mir und dann würde ich sagen dass sie ja die tapete gut ja ja wie ich habe schon mein geld auch verbraucht scheiße da muss noch mal geld verdienen gehen ja war aber gucken mein zimmer ist fertig und ich stehe ganz oben weil er steht ganz unten hier auf der liste warum darf ich denn noch nicht raus gehen ich weiß nicht was ist das denn hier wo ist da bist du wo ist denn zimmer dörg verrate ich nicht was besuchst du dich nachts sicherheit meinst du bist doch direkt neben mir sehe ich das nicht wir haben eine etage da bist du dirk meine so gelassen ist ja ich wollte sagen es sieht genauso aus wie vorher wow meint ich ändere das jetzt ja da müsst ihr euch mein zimmer mal angucken ja schon drin schöne und so kann ich immer fragen wie die mission heute zu ende geht weise 1 ist viel hübscher jetzt eure so schlecht ja die tapete auch drüber nach zu wenig farbe hat er ja ich fand sie ein bisschen zu schrill ich glaube ich mache das waschbecken noch in einer anderen farbe wenn ich neue das geld hat gar nicht natürlich geht natürlich na gut also nächste mission nächster spaß wo spaß relativ ja man muss im betäubung muss man noch wählen quasi das ist überhaupt ausgerüstet ist wie das denn du gehst auf den terminal ich habe einen beweis gefunden aha dachte ich hätte das gekauft hast du hast nur einmal gekriegt oder lang oder gedrückt gehalten gedrückt gehalten dann hast du es eigentlich die rass ja auch futterland dann gebiert für aufzeige von bradley avalanx mutter darf ich darf ich morden viadelfia pa zwei polizisten sind toten ein halbes dutzend verletzt nachdem das studio der in ungenade gefallenen kindermoderatorin phyllis futtermann die ihren jungen fans als mutter ganz bekannt ist gestürmt wurde ein phyllis futtermann die wegen verschwörung zu mord und führung und organisierte kriminalität angeklagt ist nutzt seit jahren ihre fernsehplattform und im versandhandel mit dentaltropfen um eine generation von kindern an drogen gewalt diebstaub möglicherweise auch mord heranzuführen polizei obmann stanley hout beschreibt die sogenannte futterland studios als die größte architektonische perversion seit hh holmes chicagoer mordschloss und fügt hinzu die tatsache dass dies unter der sogenannten das spiel ist echt psycho ja ist es also glück gibt es bei unserer nähe in der kaps müde gar nicht so weit weg ja in düren ob das genauso ja ok karneval wir gehen auf die kirmes dirk das ist super schreddere die faulen äpfel ist auch keine schuhe an habe ich auch keine schuhe an du hast auch keine schuhe an ja du ich habe auch keine schuhe an ich bin immer müde ich bin immer müde ich bin immer müde so so